wir haben ja echt nicht viel gefunden da war auf jeden fall ein schuss oder sowas oder das heißt da sind menschen ich schätze ich um diesen alten und ein kleines mädchen ich gehe hier lang schau dich hinten um die verfolgen einen ja richtig crazy ja ich dachte schon spät gesehen komm schon ach komm schon wer hat mich denn gesehen du bewegst dich ganz schön viel wenn du getroffen wirst wo hast du dich versteckt wo hast du dich versteckt ich komme und hol dich doch was ist denn diese typen wollen kämpfen na den werde ich zeigen oh 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 elli ich stehe zu ihm verarzte ihn und dann verschwinde ich von hier ihr wollt kämpfen ihr wollt kämpfen springen euch alle um ich weiß nicht ihr habt schon keine ahnung 30 leute verloren ach und ihr kommt immer noch hinter uns her irgendwann mal da muss man ja auch denken na lassen wir sie doch lieber mal in ruhe eigentlich sind wir ja auch selbst schuld wir wollten sie essen naja was hier ja hier war noch ein pfeil danke mal hier noch was na ich entschuldige mich nochmal für das ganze räuspern was ich vergessen habe rauszuschneiden es nervt waren wir hier? ne aber hier ist noch ein pfeil eine um hier hier heute Okay. Von hier sind wir zwar nicht gekommen, aber... Uh. Wenn man sobald man Knopf drückt, dann tut er es weg. Planitätsartikel, was ist das denn? Planitätsartikel, Nahmaterial, Antibiotika, etc. Achso. Das hier Luftschacht. Jetzt müssen wir es leider so hören, es tut mir leid. Oh, es ist scheiß kalt hier drin. Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew und krepiere in einem Luftschacht. Was hast du denn von mir erwartet? Ich wurde gebissen und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich tötete. Auch wenn ich gar nicht infiziert war. Sie meinte, sie würde es nicht tun. Aber ich konnte es in ihren Augen sehen. Wieso sonst zog sie die Waffe? Wieso zum Teufel zog sie die Waffe? Ich habe nur mit dir geredet. Hätte sie nicht gelogen, hätte ich nicht zugesachen. Sie hätte mich erschossen. Ganz sicher. Aber warum hat sie dich leben lassen, Alice? Ist auch egal. Ich habe sie erschossen. Ich bin abgehauen. Ich habe diese Kreaturen bekämpft und dabei ist die Naht an meinem Stuppen wieder aufgeplatzt. Ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunähen. Nicht mit einem Arm. Ich kriege keinen Knoten hin. Regen. So kalt. Ich rufe mich lieber aus. Ja. Jetzt wissen wir ja, was mit den dreien passiert ist, ne? Ja. Den einen haben sie erschossen. Wegen, weil er gebissen wurde. Den anderen haben sie die Beine abgehakt. Er ist paranoid geworden. Hat die umgebracht. Oder den. Weiß jetzt nicht, ob weiblich oder männlich. Ja. Und am Ende ist er hier im Lüftungsschacht einfach verblutet. Oh, diese Scheißkerne. Oh, da habe ich eine Idee. Klicker. Dann an die Arbeit. Mal sehen, wir gewinnt. Mal sehen, wir gewinnt. Ja, oder? Haben nicht einen Platt gekriegt? Man, das sind das Loser. Ich hätte mich lieber um zwei Überlebende gekümmert, wie um drei Klicker. Scheiße. Und noch die Bombe. Uh. Uuuuuhh Ein Stich in den Bauch tötet jetzt auch ein Clicker. Ich dachte immer in den Kopf Oh, vier Pfeile. Nice, dankeschön Ich weiß nicht wie lange und schnell gehen kann. Wann ich die Schwelle erreicht? Blicker, bleibt doch mal stehen Bei denen muss ich vorsichtiger sein, weil die sehen mich Was ist das, was da liegt? Meins, meins Bitte dreh dich nicht um, bitte dreh dich nicht um, bitte dreh dich nicht um Okay Alles clear, alles clear Mich umdrehen Wie der sich plötzlich umgedreht hat Wie der sich plötzlich umgedreht hat Lumpen nehmen Wie der sich rum Ich bin nur mit ihm Aber nicht nur mit ihm Ich muss woanders lang Wann ich? 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 Okay. Boah, ups, wir haben die ganze Kasse umgehauen. Was ist hier sonst noch? Sehe ich irgendwas blinken? Da vorne ist die Flaschen. Oh, okay, okay. Die Klicker unten. Bitte seh mich nicht. Die Taktik von eben. Ups. Don't let me die. Bringt euch um ihre Schlächer. Oh, okay. Oh, okay. warum meint der denn nachdem wir die flasche geschmissen haben dass es eine dumme idee war und müssen wieder voll können nichts braucht wie lange überleben die denn und das war's und eine klicke die klick klick ist gar kein klick die aufpassen die was sehen der hier vorne nicht umdrehen schmeiß doch das dreieck gespammt klicke die klick ja da war noch alkohol Wohin hier raus? Was müssen wir denn für einen Umweg gehen, um wieder zu Joel zu kommen? Wohin wir da rausgehen? Aha, da ist was, da ist was. Danke, danke, danke. Hier ist nichts mehr, nichts. Hm, Katzenbild und ein Babybild. Äh, hehehe. Äh, wo waren wir noch mal hier? Äh. Joel, ich komme. Oh, da sind Typen. Oh. Sie werden ihn kriegen. Ich muss was tun. Schnell. Sie werden ihn kriegen. Ich werde gesehen. Die versuchen die Tür aufzumachen. Jemand muss zur Tür. Boah, Ali, du ziehst den Bogen so langsam. Hier ist er! Uah! Boah, links kommt einer! Boah, ich habe mich gehört, du Sack! Oh! Oh! Ja, 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 das haben wir schon mal gehört. Okay, los! Ich brauche Deckung! Nicht verlieren! Hier ist sie! Dafür zahlst du, du kleines Miststück! Ja, 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 ja. Au! Hier ist noch einer! Guck dich! Komm, wir zuerst den Kopf nach oben machen. Verloren! Was ist das? Nee, da sind noch mehr. Mach weiter mit der Tür! Wir holen das Männchen! Ja, mach die Tür auf! Was ist das? Hat er voll Schiss? Peekaboo! Was ist das? Das hätten wir! Was ist das? Die könnten einfach umdrehen und weggehen, aber nein! Nein! Wow! Okay, es ist immer noch nicht vorbei, ja. Au! Dreckt Schwein! Schön! Du bist das! Dann tun wir's! Ja! Verteilen! Wir haben sie! Geh du zu... Hier ist doch... Ich wollte gerade sagen... Ich hab gerade einen hinter mir gehört. Und wieder die Tür macht er! Verdammt! Hier ist niemand bei dir! Das Gleiche hier! Die ist jetzt... Au! Au! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Wie gut, dass ihr mich den killen lassen... Okay, los! Du hast noch mal ein Medikit... Kann man sonst hier irgendwas machen? Meinst du mal ein Lipp? Aaaaaah! 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 Kommt doch! Komm her! Komm her! Ja, 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 ja! Und... Bumm! Boah, den hat's... Uuuuuh! Den hat's voll die Beine weggefetzt! Dann nix mehr... zum Ablenken! Aaaaaah! Okay, okay, jetzt ruhig sein! Das Vieh kommt zu uns! Aber auch nicht! oder? Ich hab nix mehr zum Werfen! Okay... Das war's. So, ich hab wettes. Aaaaaah! Wie geht's? aus dem werfen und der clicker das war wieder mal action kurz vorm ziel wie kam es nun mal runter immer die rolltreppe runter ich hoffe du lebst noch ja so ganz schön kräftig jetzt wäre gut wenn wir sie wieder weg ja ok dann halt nicht panik links wahnsinn direkt hinter dir ein stück von dreck ins gesicht die treppe hoch das gerüst darüber kommen wir raus was ich dachte wir fallen tiefer das ist ein problem bei lauter musik und jede menge licht das tut weh da ist der biss am arm das war grafisch ich glaube das war es nicht der wurde angenippelt hier wurde angenippelt hier wurde angenippelt hier wurden hier Nein, 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 nein. No, no, no. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Mach erstmal deine Hände sauber. Ich bin ein Experte. Fast. Cool. Fakie Hands. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! 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 Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Was machen wir jetzt nur? Wie ich das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen's uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Schmerzlos. Ich bin ein bekannt Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten. Oh, guck mal, wie die die transportiert hat, ja. Wie die, wie die die transportiert hat. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag... ...lass es uns aussitzen. Wir gehen es... ...romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. ...und Nummer drei. Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. ...und wir wissen ja, dass die Immun ist. Ihre Freundin ist hier staub. ...und wir wissen ja, dass die Immun ist. Okay. Zurück zum Hauptmenü. Ja, das war auch das DLC. Kurz und knackig. Ein paar Infos. Gehabt, wie Eddie das geschafft hat. Mit Joel so ein bisschen. Ist ja bestimmt nicht einfach gewesen, ihn da auch zu verarzten. Und den ganzen Shit da zu finden. Ja, und ich glaube, ich habe eine Sache hier im DLC verpasst. Das war auch im Einkaufszentrum. Dann geht man dann mit Ellie und Riley. Da ist dann so ein Automat für Fotos zu machen. Diese ganz alten Kasten. Kennt ihr bestimmt noch. Da setzt man sich rein und macht dann Fotos zusammen und so. Und ja, da bin ich irgendwie dran vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Ist ja halb so schlimm. Machen ein paar Fotos, kann man Grimassen schießen. Und das war es halt. Ja, einmal sorry dafür. Und ja, das war es dann mit Last of Us. Dem ersten Teil. Da gibt es jetzt nichts mehr zu. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil direkt im Anschluss spiele. Beziehungsweise hochlade. Ich weiß nicht, wie ich das von der Zeit schaffe. Aber für all diejenigen, die jetzt darauf warten, dass der zweite Teil kommt. Ihr müsst nicht lange warten. Er kommt auf jeden Fall. Weil es kommt ja jetzt Alan Wake raus. Oder ist jetzt schon draußen, oder? Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Oder rauskommen soll. Alan Wake 2 soll ja ein bisschen mehr Survival sein. So ein bisschen Resident Evil-iger. Sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Weil der erste Teil hat mir jetzt nicht so gefallen. Ob ich dann Alan Wake dazwischen schiebe. Dann kommt halt Last of Us 2 ein paar Tage später, fange ich dann damit an. Aber nicht so lang. Im schlimmsten Fall wirklich nur ein paar Tage. Im idealen Fall, direkt im Anschluss nach diesem Part, kommt dann Last of Us 2. Also verzeiht es mir bitte, wenn es ein bisschen länger dauert. Für all diejenigen, die auf den zweiten Teil warten. Ja, viel bla bla. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Abonnieren, Weiterleiten und für die ganzen Kommentare. Gerade bei Last of Us 1. Nochmal ein persönliches Danke an Lukas, was immer fleißig kommentiert. Danke dafür. Und auch an all die anderen, die auch immer regelmäßig zuschauen. Ich seh das ja. Ich seh zwar nicht wer, aber ich seh, dass mindestens immer 4-5 Leute da richtig schön durchgucken und sogar Spaß beim Zuschauen haben. So, dann verabschiede ich mich und ja, entweder bis bei Alan Wake 2 oder Last of Us 2. Ciao, ciao. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir sehen und bis zum nächsten Mal. rings